Ja, ich gebe es ja zu, ich habe ein bisschen einen Feldstecher, einen Fernglas-Tick. Ja, und ich habe seit einem halben Jahr dieses Nikon ProStuff 7S im Einsatz. Wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Rosser, um Survival Shopee-Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Fernglas. Und bevor ich über dieses Fernglas hier spreche, mag ich etwas dazu sagen. Ich schaue wirklich jeden Tag durch ein Fernglas. Wirklich jeden Tag. Ich meine, schau dir die Aussicht hinter mir an. Ich habe in dem Haus, wo wir wohnen, an so gut wie jedem Fenster irgendeine Art von Fernglas stehen. Das heißt, Ferngläser sind in meinem Leben irgendwie integriert. Es gibt immer etwas anzuschauen. Es gibt Tiere zu beobachten. Es gibt die Landschaft zu begutachten. Ich bin sehr viel unterwegs und suche nach Pflanzen für meinen Survival- bzw. für mein Kräutermenter-Programm. Das ist diese Jahresausbildung, wo ich jede Woche ein neues Video drehe. Und Pflanzen herzeige. Und da schaue ich in der Distanz und schaue, was könnte das sein, damit ich weiß, ob es sich lohnt, dorthin zu gehen. Ferngläser sind ein Teil in meinem Leben. Ist so. Und letztes Jahr, nämlich im Jahr 2018, im Dezember 2018, haben mir viele meiner zu sehr dieses Fernglas, Nikon Pro Star 7S, empfohlen. Und dann habe ich es mir ganz einfach gekauft. Und als ich es ausgepackt habe, habe ich durchgeschaut und habe gesagt, ja, das ist wirklich echt nett. Es hat mich nicht gleich so umgekaut, dass ich sage, yeah, aber es ist auf jeden Fall absoluter Top. Gut, ich habe es dann mitgenommen, auch auf meine Touren und habe es dann im Jänner. Im Jänner habe ich es verloren. Das wusste ich aber nicht, dass ich es verloren habe. Es ist mir aus der Asche gerutscht. Da war alles voll mit Schnee. Und ich war mit dem Tobias, mit meinem Sohn unterwegs. Und wir scouten sozusagen immer durch die Gegend. Es taugt uns total. Wir suchen Sachen. Wir schauen ganz einfach. Ist super. Aber es ist mir rausgerutscht. Und dann habe ich es ungefähr zwei Monate nicht gefunden. Und habe aber gedacht, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Und dann war er und ich wieder unterwegs. Das war so im März. Da war dann der Schnee auch kurz weg. Das ist dann nachher wiedergekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Ist auf einmal dieses Fernglas mitten in der Wiese gelegen. Etwas weiter weg von unserem Haus. Und da ist mir eingefallen, ah, da sind wir ja gesessen und haben Tee getrunken. Und ich habe durchgeschaut in die Gegend. Und da ist mir rausgefallen. Das heißt, es ist zwei Monate Tag und Nacht draußen gelegen, Schnee, Regen, alles. Und es hat überhaupt nichts. Nicht einmal irgendwas. Gar nichts. Null. Ist nichts angelaufen. Es ist einfach super. Jetzt hat man gedacht, warte mal. Das könnte ja dann eigentlich ein Outdoor-Glas sein, das wirklich meine Aufmerksamkeit verdient. Und daher habe ich es dann nicht nur an meinem Fenster stehen, sondern ich nehme es auch zu meinen Survival-Trainings mit. Habe jetzt momentan wieder ein anderes, das ich mithabe. Aber habe es sehr lange dabei gehabt. Es steht ja auch drauf, ganz, ganz groß, weiß nicht, ob du das lesen kannst, waterproof. Ja, und einfach top. Ich finde, dass es sich sehr einfach und sehr schnell regeln lässt über diese Stellrädchen hier. Das ist groß genug gemacht, dass man auch wirklich schön damit arbeiten kann. Das finde ich einfach super. Die Farben sind genial. Also zumindest bei Tag und bei Helligkeit. Dass das natürlich kein Nachtglas ist. Bei einem 8x30 ist klar. Aber untertags ist das einfach super. Es ist mir auch schon uroft runtergefallen. Und es hat noch immer nichts. Das Einzige, also ich finde das gut, also wenn du ein Fernglas suchst, das nicht irgend so ein billiges Klumpert ist, so um 10 Euro, wo du dann durchschaust, wie wenn du da auch einen angeschliffenen Aschenbecher durchschaust, dann ist das wirklich eine Überlegung. Vom Budget her, ich gebe da unten den Link auf Amazon, dort habe ich es übrigens auch gekauft. Das ist wirklich okay. Das ist wirklich okay. Aber es gibt echt einen Nachteil und das muss ich jetzt hier an dieser Stelle loswerden. Ich muss ein bisschen meckern. Der Objektivschutz. Der ist so ein Schmorn. Der geht immer runter. Das hält nicht. Das ist so zum Draufklacken. Ich habe das genommen vor lauter Zorn. Und habe es so in Mist gekauft und habe gesagt, ich will den nicht mehr sehen. Und auch die Abdeckung hier oben für die Okulare. Ich weiß nicht, was denen eingefallen ist. Also die sind auch ein Schaß. Ja, muss man einfach so sagen. Aber ich handhabe das jetzt anders. Ich habe das in meinem Deckelfach. Also wenn es daheim steht, ist es eh egal. Aber ich habe das jetzt im Deckelfach von meinem Rucksack und dann ist es gut. Es ist ja alles an, es ist eh alles an, es ist ja Tasche, dann wäre dann auch noch dabei. Die habe ich irgendwo verloren. Das ist mir auch egal. Und es gibt auch natürlich Schulterriemen und alles ist eh alles dabei. Aber ich trage es jetzt immer so und bin sehr zufrieden damit. Es liegt sehr gut in der Hand. Es ist schön gummiert. Es ist alles super, wunderbar, schön robust. Echt, echt, echt top. Also ein Einsteigerglas oder besser gesagt ein wirkliches Einsteigerglas, das vielleicht ein bisschen mehr kostet, aber mit dem du dann auch wirklich eine Freude hast. Ich kann es dir nur empfehlen. Hast du das Nikon ProStar 7S? Gib mal unten einen Kommentar, bitte. Schreib, was du davon hältst. Was sind deine Erfahrungen? Das ist für alle anderen, die dieses Video sehen und vielleicht drüber nachdenken, so etwas zu kaufen, interessant. Also unten einfach dazu anschauen. Daumen nach oben oder nach unten, falls du es wieder magst. Das wäre auch ganz cool. Link zu dem Produkt auf Amazon findest du auch. Da hast du dann alle technischen Daten. Es ist doch ein bisschen, es ist nicht federleicht, aber es ist auch nicht wirklich schwer. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Dingen, die es auf Alibaba gibt. Also Fernkläser ist es auf Alibaba und Aliexpress, auf Wish, auf Gearbest und so weiter gibt, die auch von der Optik her tolle Ergebnisse liefern. Die sind aber deutlich schwerer. Ja, da habe ich auch ein paar dastehen. Aber die zeige ich vielleicht auch einmal her. Aber wirklich ein heißer Tipp. Ein heißer Tipp für diesen Preis, den ich gekauft habe, war das okay. Aber jetzt zue ich auf. Abo, wenn es das erste Mal liebt ist. Hab andere Videos zum Anschauen. Unten findest du den Link zum Produkt ganz, ganz klar. Und auch zu meinem Kräutermainterprogramm. Wenn du wissen willst, welche Pflanzen ich in der Gegend erspähe. Da unten steht übrigens eine Akelei, aber das ist eine andere Geschichte. Gebe ich dir auch den Link. Ich sage danke fürs Dabeisein. Bis bald, dein Rainer Rossmann. Ciao.